Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wattenda, heute Tag 49. Natürlich wieder eine RB-Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Alles soweit okay? Fangen wir direkt an. Geht auch direkt los. Oh, aus Europa. Das ist gut. Kann man ja gucken, ob wir da die richtigen Stellen finden wieder. BT-7 natürlich. Oh, zieh ich mal andere Seite. Zieh ich mal die rechte Seite. Probieren wir, wie weit wir kommen. Die anderen sind schon ein bisschen vorgefahren. So schnell eingenommen wird, desto besser. Hey. Ich hab einen Panzer vernichtet. Gut. Das war der Panzer, der gerade bei mir stand. Und an Gebiet angenommen. Sehr gut. Ich muss noch auffassen, dass ich nicht umgebracht werde. Der B ist nicht meine Stärke. Die man weiß. Ist zwar mein Bestes, aber... Ist nicht so einfach. Wo ist das, Jack? Wo ist das, Jack? Ups. Was ist gar nicht gut. Uuuh. Weg vom Baum. Geht mir weg um. Angenommen, die Karte. Negativ. Wir fahren verlieblicher Züge. Aus dem Angriff. Ich muss hier durchgucken. Wo sind die? Uiuiui. Hat er mich noch erwischt. Verdammt. Zumindest hab ich den noch vernichtet, der mich angegriffen hat. Und... Ups. Ich hab's hier sehr gewackelt. Schade. Der ist abgehauen. Uah. Wo kommt der denn her? Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da steht jetzt einer die ganze Zeit da rum. Er ist gar nichts machen gegen diesen Panzer, weil er so... Ich konnte nichts machen, weil er ein Panzer am Weg stand die ganze Zeit dahin. Der, wenn ich da jetzt rausgeguckt hätte, der hätte mich dann von der Seite erwischt. Das ist ein Problem gewesen gerade. Gar nicht gut. Verdammt. Das ist das Problem auch bei RB. Du wirst, äh, wirst nicht aufgedeckt und dann kommst du an Stellen, wo du... ...nix gegen machen kannst. Ist da oben ein Flugzeug? Ja, da kommt ein Flugzeug rein. Da kommt ein Flugzeug. Geht er gerade runter? Also Flugzeuge sind auch schwierig bei RB... Äh, RB. RB natürlich. Ja, das Flugzeug kommt näher. Glaube ich. Ah, da... Ah, da ist schon jemand. Okay. Ah! Da ist noch ein Flugzeug. Da sind mehrere. Verdammt! Also bestehen zu treffen. Ich hab letztens auch schon RB gemacht. Also mit Fliegen. Da muss man echt gut aufpassen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hey, hey, hey. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Adiónt. Der muss doch irgendwann kaputt gehen. Jeba, wiii. Ich hab ein Flugzeug erstellt. Also... Ich hatte ja schon... Zwei jetzt. Offiziell mit nächster... Letzter Woche. Oder... ...mann letzten Folge. Wenn wir nicht etwas unternehmen, dann hat er sein Gesicht. Ups. Gut dahin. Da ist er. Ohpala. Der ist aber abisch. Verdammt. Ah, mein Schade. Es dauert aber auch, einen Flugzeug abzuschießen, ne? Das ist auch echt schwierig, ey. Und hier ist nochmal mit einer Flak rein. Mit dem Bodenstiel erreicht. Mit dem Flakstiel erreicht. Ach, RB ist einfach... Das wird nie meine Welt sein. Das ist eigentlich so, wie es ist. Boah, hab ich kurz Angst gekriegt. Ich dachte, da kommt ein Flugzeug. Wir nehmen sogar C ein. Was? 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 mit dem flach zerstört zumindest zwei bodentiele bis jetzt ist das schon etwas das geht zu nah ran das geht nicht gut das geht nicht gut was soll ich denn machen ja wie gesagt was sollte ich machen mensch leute das in dem moment kommt als ich schieße oder gerade am nachladen da wieder in sowas bin ich echt nicht gut rb jetzt komm mit sowas nicht zurück ja noch ein zerstört ja leute das sind zu viele das sind zu viele komm schon ich kann nicht mal schießen ich konnte nicht mal schießen gar nichts die überrennen einen komplett das ist ach ich find sowas schrecklich ich find das schrecklich wir müssen dem feind mehr zusetzen sie sind dabei zu gewinnen wir werden zerstört mit einem schuss das ist ja nicht normal da sind sechs oder sieben leute drin naja doch guck direkt ein und munition das war's ne da guck ich nur noch zu das mach ich nicht mit bei rb weiß ich auch nicht viel zu reden das ist einfach kompliziert für mich ist das viel zu kompliziert weil ich sage ich höre die gegner meistens nicht und wenn ich sie sehe ist es schon zu spät während die mich die ganze zeit hören ich habe gar keinen vorteil von rb auch wenn leute das natürlich immer wieder reinschreiben ah mit rb geht es besser für mich nicht für mich geht das gar nicht besser dadurch zumindest eine verstärkung geholt ist nicht schlecht ist amerikanischer panzer bin erster geworden ok mit sechs panzer abschüssen bin aber fünfmal gestorben was gar nicht irgendwie ist naja ihr macht einfach acht kills und stirbt nicht einmal was soll ich da machen da kann ich nicht viel machen Filter Richtsantrieb Ziris oh ja hier auch noch was so so na gut wieder eine runde rb ich habe mich heute ein bisschen mehr angeschränkt habe auch ein paar kills mehr gemacht wie sonst aber man merkt es rb ist nicht so meins aber ich bleibe dabei weil die zuschauer müssen natürlich auch rb sehen und deswegen alle drei tage natürlich auch eine rb runde muss man auch muss man auch einfach akzeptieren oder zustimmen rb ist ja auch sehr beliebt aber trotzdem vielen dank fürs zuschauen dann sehen wir uns morgen wieder tschüss tschau chau 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 Vielen Dank.